Nach dem Biss an Asbis Viber kommt es erstmal zu richtig heftigen Schmerzen, zu lokalen Rötungen und Schwellungen. Ödeme können hinzukommen, systemische Reaktionen wie zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche können auch hinzukommen. Im Normalfall vergehen diese Symptome, in sehr seltenen Fällen kann der Biss auch zu heftigen und schwerwiegenden Vergiftungen führen und ganz selten kann es sogar zum Tode kommen. Zwischen 1996 und 2008 hat es in Frankreich 174 registrierte Bissunfälle mit Asbis Vibern gegeben. Von diesen 174 wurden 106 mit Antiserum behandelt. Diese erholten sich innerhalb von wenigen Tagen vollständig. Unter den Verbliebenen gab es hingegen zwei Todesfälle. Seit den 90er Jahren wurde bei einer bestimmten Population in Frankreich das Auftreten von neurotoxischen Gifteffekten beobachtet. Man vermutete deswegen, dass sich im Laufe der Evolution offensichtlich Neurotoxine im Gift dieser Vibern gebildet haben. Und tatsächlich wurde 2009 eine Studie veröffentlicht, bei der man zwei neurotoxische Komponenten aus dem Gift dieser Asbis Vibern isolieren konnte. Das Gift der Asbis Viber beinhaltet zudem noch verschiedene andere Proteine und Enzyme, die dann zytotoxisch wirken, also Körperzellen zerstören. Dann sind noch Bradykinin potenzierende Komponenten enthalten. Diese führen zu einer Erweiterung der Blutgefäße. Also auf diese Weise entsteht dann unter anderem zum Beispiel eben diese lokale Rötung. Dann haben wir Hyaluronidasen. Das sind Enzyme, die Hyaluronsäure abbauen und Hyaluronsäure, haben wir jetzt schon oft gesagt, ist eben die Kitsubstanz der Zellen. Und wenn Hyaluronsäure abgebaut wird, halten die Zellen nicht mehr so gut zusammen und das Gewebe wird aufgelockert. Das alles dient dazu, dass sich das Gift der Viber leichter im Gewebe verbreiten kann. Weiters sind Komponenten enthalten, die die Blutgerinnung beeinflussen, wie zum Beispiel verschiedene Protrombin aktivierende Faktoren. Proteasen sind auch noch enthalten. Das sind Enzyme, die Proteine abbauen. Die Asbis Viber ist normalerweise eine ziemlich scheue Schlange, die die Gegenwart des Menschen tunlichst vermeidet. Eine Asbis Viber in freier Wildbahn flüchtet für gewöhnlich, wenn sie einem Menschen begegnet. Zubeißen tun die Tiere nur dann, wenn man sie einfängt, wenn man sie festhält oder sie anderwertig in die Enge treibt und sich dann auch innerhalb ihrer Reichweite aufhängt. Wer dennoch Angst davor hat, von einer Asbis Viber jemals gebissen zu werden, wenn er sich durch den Lebensraum dieser Schlange bewegt, sollte lange Hosen und festes Schuhwerk tragen. Wenn man sich besonders geräuschvoll durch den Lebensraum bewegt, ist die Chance natürlich größer, dass man die Schlangen vertreibt, bevor es zu einer ungewollten Konfrontation kommt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es in euren sozialen Netzwerken, zeigt es euren Freunden. Wenn ihr Freunde habt und wenn ihr keine Freunde habt, sucht euch Freunde und zeigt es ihnen dann. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig rechts unten die Glocke, dann werdet ihr zukünftig keine Videos mehr verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.